Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich habe heute ein besonderes Thema für euch. Da freue ich mich schon. Ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Mail aus Polen bekommen. Und dort gibt es eine Akademie, also eine Feuerwehrakademie. Und die haben auch das Fach Deutsch. Okay, und an dem Fach Deutsch nutzen die meine Feuerwehr Willi-Videos, um die deutschen Begriffe besser kennenzulernen und zu üben und so weiter. Also das hat mich schon sehr stolz gemacht, muss ich sagen. Also da war ich schon sehr, ja wirklich sehr stolz. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Also deshalb möchte ich die Gelegenheit hier jetzt an der Stelle nutzen, einen Gruß an die Kameraden und Kameraden aus Polen zu schicken. Also einen herzlichen Gruß hier aus Deutschland an euch. Also ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, wie schwierig die deutsche Sprache ist. Und ich habe wirklich den größten Respekt davor, dass ihr euch die Herausforderung stellt, das wirklich so toll zu lernen. Wirklich super. Mein Respekt. Ich kann zwar kein Polnisch, aber ich versuche es jetzt mal. Ich glaube, es ist wichtig, wenn ich mit meinen Leuten zu sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir mit einer solchen Gesellschaften sprechen. Und wir können auch, wenn wir mit meinem Freund, was wir reagieren. die Polen sind so wichtig. Die Kriegung und die Kriegung der Kriegung ist nicht in den Regionen gegründet. Die Kriegung sind weg. Meine Niemse zusammenfassenen mit Ihnen, und wir wissen auch, wann es gibt. Ich bin froh, dass ich Polnisch gefährlich bin. Ich bin froh, dass wir wissen, wie wir. Tiesze mnie to, ja tak wiele wiecie o niemiecki strasze pożarne i zawie pondon dowadze i despozycji, tak żeby moto iswykleni rozmawiam po polsku. Oh my god. Dziękuję bardzo za pomoc w tym muzeum Roma. Kiedy podasz na Juki, myślisz, że czasem jest to zjeść. Za dłunę mam dla was kilka lat. Nie każdy z nas znów znawisz provincie Strasieckie. Dzięki uniemnym normom coraz więcej pojęć w swoim języku angielskim. Na przykład. 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 Strasz pożarne towie. Pożarne towie. Entschuldigung, ich kann kein Polnisch. Ich habe wirklich versucht, es zu machen. Es ist wirklich schwer. Und nochmal mein größter Respekt, dass ihr Deutsch lernt. Viele Grüße von euren Kameraden aus Deutschland nach Polen. Wir sind eine große Familie in der Feuerwehr, okay? Da gibt es keine Ländergrenzen. Vielen Dank, schönen Gruß. Bis dann. Bis dann. Cieszy mnie to, że tak wiele wiecie o Niemieckiej Straży Pożarnej i zawsze będę do Waszej dyspozycji, także mimo to, iż zwykle nie rozmawiam po polsku. Sous-titrage ST' 501